Wenn Sie reisen, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, in Restaurants zu bestellen. In den meisten Restaurants sind keine Menüs in mehreren Sprachen verfügbar. Würden Sie wissen, wie das Gericht überhaupt aussieht? Mit der Visit-App müssen Sie nur Ihr Smartphone herausziehen, den QR-Code im Menü scannen. Anschließend können Sie alles vom Menü im Bildformat sehen. Visit macht Ihr Menü sichtbar. Jetzt kostenfrei hier laden.